3 4 4 4 4 Boah, ich hoffe, das hat man jetzt nicht so wie ich das auch mache aber nur, um frei Atemwege zu bekommen, oder sonst würde ich ersticken in meiner Nase an meiner Nase doch, meine Nase ersticken mit keine Ahnung ja, man hört wirklich, dass ich noch krank bin so ein bisschen wenn ich hiermit fertig bin, werde ich wieder Doom spielen Doom 3 Fuck yeah ja 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 ihr werdet mir noch ein paar Türme da oben bauen bevor ihr die Seas anmarschieren was ist zu tun was ist zu tun was für ein Spaß was ist zu tun was ist zu tun Ich wollte, ich komme da an diese eine Stelle nur mit dem Baryonyx hin. Ich werde euch warnen. Ich gehörchen. Habt ihr Kummer? Ich werde euch warnen. Mal mal abbleiben. Ich will kämpfen. Auf dem Weg. Raffinieren. Das hört sich gut an. Aber ja. Ich bin bereit. 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 Ein Glück, dass die Wehrspinne die Türme nicht sehen kann, weil sie sich ziemlich hilflos umherdreht. Ich bin bereit. Burns, 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 Baby. Burns, Burns, Burns. Come on. Like my fire. Okay. Das war eigentlich mehr so ein Fellbau. Ich gehörtsche. So. Wo ist denn der gute Trätschloff? Der gute Trätschloff baut mir mal da einen Turm. Und da noch ein paar Sorten. Und dann hab ich da so coole Verteidigungen. Die kann niemand mehr doch brechen. Stets verändert. Wobei so ein paar Tatsachtürme doch besser wären. Mit dem. Die dann äh so ein bisschen. So ich sagen. Oh, die haben jetzt die Autosaurier getötet. Was soll ich nochmal sagen? Was soll ich nochmal sagen? Ich muss nichts machen. Oder so. Ja. Gegner Türme. Benötigt Mindestabstand zum Ziel. Halt! Was soll ich tun? Bereit! Wünsche? Was ist zu tun? Euer Befehl? Geh fahr! Geh fahr! So gesehen passieren wird. So wie Cole schon gesagt hat, wir werden unsere Haut so teuer verkaufen wie es geht. Die Autosaurierkommuner rein! Neugierkommuner rein! das ist nicht die 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 de die die Hey, du! Bist du Schützen, Rekrut? Hebe doch mal die andere Stange hier hoch! Das ist schnäppig! Und sieh uns nicht richtig! Danke! Ich hätte schon Misstrauisch werden sollen, als es bei der Wusterung hieß! In Position! In Position! Auf, in den Krieg! Kurz bevor das hier fertig sein muss, lustig sein! Dankeschön! Reaktive Tätigkeiten werden echt oft unterschätzt! 5 Minuten vor Release und ich bin die Einzige, die noch keine Sprache hat! Kurz bevor das hier fertig sein muss, lustig sein! Benötigt ihr Unterstützung? Benötigt ihr Unterstützung? Flagzeug Solo 1, rabbeti-bobbeti! Tschö-tchö-tchö-tchö! Kolge-tchö! Blaat, oh! Tö-tchö! Gon! Blaat, oh! Tö-tchö! Boraat! Hey! B-ähä! B-ähä! Hey! Hey! Cool! Musik! So, ich glaube, ich muss das nicht machen. Traumzeug Solo, eins, babbidi 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 wui. Chack, chack, chack. Hm. Oh ja... ...diskutiert haben. Wobei, die Framemeanbrüche immer noch da sind. Schreck schematic, mnie angoOW, musste dost carte enneu sein! Ich force establishment coalesce themen. Habt ihr hier in three applications reinges? Was ist das? 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 Für mich! Nächste Aufgabe! Die Nachhut! Mit dem TBT Mit dem TBT Manchmal hasse ich es recht zu behalten Wenn wir die Cs jetzt nicht aufhalten, dann ist alles verloren Von Super Mario Oder an sich aus dem Mario irgendwas Boom Das ist ja Da gibt es ja Das war's Da ist ja Das ist ja Okay. Kommt ein tolles Filmfrequenz. Okay. Ich dachte schon, es würde ewig so weitergehen. Wenn wir Pech haben, wird es das auch. Wie ich die Brüder kenne, werden sie uns angreifen, solange noch eine ihrer steht. Da möchte ich jetzt mal nach Downs beginnen und so angreifen. Und ich würde an sich auch dazu tendieren, hier das schon mal anzugreifen. Nur weil jetzt, weil die sehr geschwächt sind, kann ich die da hin. Von der Titan. Wir werden sie unterwerfen. Ja. Was hast du vor? Kein Problem. Na, alles klar? Platz da. Okay. Kein Problem. Äh. Ich will kämpfen. Einen Moment mal. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Komm. Endlich Action. Ich hab da so ne... Ich wollte... Könnt ihr eigentlich auch das Tor an... Die können das Tor angreifen. Und die Geschütztürme. Und da hinten... Bum. Fast schon... Einfach... Das ist so cool. Mit diesen... Raketen... Raketen... Dings. Raketenrampen. Ich weiß noch. Ich hab mal... Immer als ich diese Mission gespielt hab... Immer über Raketenrampen hingebaut und hab da so die Basis von den bombardiert. Und die konnten einfach nichts machen. Oh, jetzt konnten sie schon wieder mit einhalten. Ich weiß noch sie hier hin. Hier hab ich so Raketenrampen gebaut. Die haben so hinten hingeschossen und sowas. Oder hier. Und so Pam Pam. Konnten die so alles angreifen. Zerstört sie. Wir werden sie unterwerfen. Geht's los? Wir werden sie unterwerfen. Dann würde ich mal sagen. Nehmen sie die hier. Und greift dann da so an. So, die Geschütztürme. Puff. Zerstört sie. Ich will kämpfen. Ich weile sie. Ich weiß, dass ich halt das Miku gehustet hab. Dater. Das ist obstmulatisch. Voll bewaffen. Dater. Röhren und Star, Röhren und Star, Römer. Feuerdorf so den Kanonen. Dater. Dater. Kommen die da schon wieder her? Was für ein Spaß!